Schaut mal, was heute von Melanie gekommen ist. Heute haben wir neue Kämme bekommen. Die Logo diesmal. Wie schön die sind. Heute ist das egal, ob da ein Logo drauf ist oder nicht. Aber das Frauchen hat sich. Wie schön die sind. Da sind noch zwei neue Röse dabei. Die Zwischte und der Apfel sind das letzte Mal nicht dabei. Wie gefallen die euch? Das Interesse ist groß. Ganz lieben Dank, liebe Melanie.